ARD Text im Auftrag von Funk Das ist schwierig, dass die überhaupt so weit kommen, gibt es schon, Luna, das ist schon... Ja, da musst du viel üben, da musst du viel üben, dass hier eine Sammacht, die Größe besser, das ist ja nicht so, dass du immer nur auf einer Ebene fließt, das geht ja auch auf einer Ronna, wie Achterbahn, da musst du abtauchen, alles ist im richtigen Maß, dann in die Kurve, dann kannst du gar an den Scherz rechnen, das ist schwer. Ja, durch die Kamera, was sie da dran, alles noch dran sehen, das ist richtig schwer. Ich habe das Ding ja so im Roto abgestellt, also der Racer, ja, die Brille ging ja, und da ist mal ein Kuchenhemmer in der Brille, ja, und da haben wir mal so eine Flugsimulaltung gemacht, ja, weil sonst, als ich das Ding höll auch für dich im Roto, dass ich eigentlich drei Stunden über die Wand gesetzt sehe. Das ist, wie du sagst, das ist kein Vergessenes. Aber ich sehe das, ich sehe nicht scharf mit der Brille. Alter, Hammer. Hey, Chris, wenn du da was gesagt hast, bist du voll in 10 Sekunden. Vielleicht bin ich am Arten, das ist ja übel, ey. Das muss ich mal angucken, das muss ich echt mal angucken, das ist ja geil. Dafür muss ich geboren sein, ey. Das ist zurückgeflogen. Das ist zurückgeflogen. Keine Umstände. Ja? Ja, ja. Das macht's, ne? Ich kann jetzt nix lenken, sagen wir mal so, von der Sache her. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen sollte. Ja, das musst du schon so machen. Ja, richtig, genau. Ja, klar, toll, ich bin gleich wieder umgefallen. Das hat ja nur eine Rolle gedreht, da war's. Das hat Zeit, da sind wir uns. Jetzt bitte. Wir haben keine Kanäle. Wir haben keine Kanäle. Wir haben keine Kanäle. Wir haben keine Kanäle. Ich habe keine Kanäle. Ich habe keine Kanäles. Ja, Minuten. Ja! Nooo! Machz! Los! 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 Vielen Dank.